Ich auch. Ich auch. Ich wollte dann nicht, dass am Ende ein Problem bleibt, weil es entsteht, dass das irgendwie irgendjemand falsch ist. Vielleicht eine Mama oder Papa. Aber er hat mir gesagt, die kommt aus einer Region, wo man auch Deutsch spricht. Also weil die Sportler einer hat ja auch Deutsch gesprochen. Ja, kennt sie von dir. Ja. Ja. Das ist größer. Aber sie hat es bereits testet. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt! Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt! Untertitelung des ZDF, 2020 Perfekt! 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 Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020